Hallihallo Hallöle, da bin ich gleich wieder. Ja, ich habe noch einen schönen Trailer gefunden, ganz frisch reingekommen bei Kinocheck. Und ja, Laura Stern, was soll ich euch sagen? Laura Stern, wo unser Jaust noch klein war, wie gesagt, zwei, drei Jahre. Und ich habe mit ihm da halt auch gerne halt diese Disney geguckt, hier Disney Wunderhaus und Laura Stern und Caillou und wie es alles hieß. Und Jongel, Jongel und ja, war einfach eine schöne Zeit, ist eine schöne Zeit. Jede Zeit mit den Kindern ist eine schöne Zeit, jedes Alter ist schön und auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, an dieser Stelle mal so erwähnt. Aber trotzdem werden mir wahrscheinlich alle zustimmen, dass das einfach toll ist und man sollte halt auch wirklich jede Zeit, jeden Zeitabschnitt genießen mit den Kids und immer halt das Beste. sich wünschen und Gesundheit steht natürlich an allererster Stelle. Ja, soviel dazu und ich würde sagen, für unsere kleinen Zuschauer starten wir jetzt einfach mal Laura Stern. Alles klar, alles klar, auf geht's, einen Moment, zack. Gibt es uns im neuen Zuhause eine kleine Chance? Na gut, aber nur eine klitzeklitzeklitzeklitzekleine. Von dem Produzenten von der kleine Eisbär und Jim Knopf. Aha, sehr witzig. Die fantastische Geschichte von Laura und ihrem Stern. Oh, ein kleiner Stern. Was machst du denn hier? Das ist ja dein abgebrochener Zackl. Jetzt habe ich meinen eigenen Stern. Richtigen Zauberstern. Welche Tornado ist hier durchs Zimmer geflogen? Unsere Tochter. Wir sind nicht. Wir fliegen! Ja! Ich glaube, ich träume. Ich sag dir, Fliegen ist einfach das Schönste auf der Welt. Stern? Kleiner Stern! Mama, kann Sternetraume sein? Wenn sie sich einsam fühlen und weit weg von zu Hause sind? Ich muss den kleinen Stern nach Hause bringen. Nach Hause? Das magische Kinoabenteuer für die ganze Familie. Lauras Stern. Das war super. Ja, meine Freunde, das war Laura Stern. Toll. Einfach toll. Super. Habe ich jetzt auch reingestellt. Ich habe jetzt auch einen guten Freund von mir gedacht. Der hat zwei Mädels jetzt in dem passenden Alter. Ich denke mal, wenn die da ins Kino gehen, an dieser Stelle ganz liebe Grüße. An euch. Ich hoffe, es ist in Ordnung bei euch und ihr seid gesund und dicken Schmatz an die beiden Mädels. Und da würde ich auf jeden Fall reingehen. Das ist ein ganz schöner Film für die ganze Familie. Und toll. Ganz toll. Ja, dann würde ich sagen, dann gucke ich mal nochmal, ob ich noch irgendwas anderes dabei fügen kann. Oder, ja, ich glaube, den Laura Stern, den lasse ich mal separat. Und mach gleich noch ein Video rein. Alles klar. Bis gleich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018